15. Das Gebäude der Cordwell Insurance Company überragte mit seinen 70 Stockwerken die anderen Gebäude im Bankenviertel und bildete einen Orientierungspunkt inmitten der modernen, aber nicht ganz so hohen Wolkenkratzer. Laut Grundstein war es 1927 erbaut worden und tatsächlich wirkte es im Vergleich zu seinen jüngeren Nachbarn wie eine würdevolle Grande Dame unter billigen Flittchen. Mit den Wasserspeiern, rund um die drei Höhenabschnitte und einer reich verzierten Krone mit lateinischen Inschriften war das CIC ein Zeichen für die Größe und Langlebigkeit der Stadt. Als Cyper auf dem Dach Gestalt annahm, peitschte ihm der eiskalte Wind das Haar aus dem Gesicht und brachte seine Augen zum Tränen. Tief unter ihm breitete sich die Stadt wie ein Strahlenkranz aus Licht aus, in zwei Hälften geteilt durch den Hatzen. Einer nach dem anderen tauchte der Rest der Bande auf. Balthasar, der Wilde, Cypern, der Späher, und Sünn, der sich am Rande hielt wie das wartende Unheil. Das arglose Passanten zu Fall brachte. Sie waren ihm so vertraut, diese Männer, an deren Seite er seit über 200 Jahren kämpfte. Es gab nichts, das sie noch nicht miteinander geteilt hätten. Bäder in Blut, dem eigenen wie dem der Feinde. Gelage mit Menschenfrauen und Vampirinnen. Schlaflager, sowohl hier als auch im Alten Land. Der letzte Tag, sagte Balthasar in den Wind. Ei! Cyper betrachtete den Highway zu ihren Füßen. Die Kette aus weißen Scheinwerfern auf der einen Seite. Die roten Rücklichter auf der Gegenspur. Morgen Abend reisen wir ab. Sie waren nicht lange in der neuen Welt gewesen und hatten keines ihrer Vorhaben verwirklicht. Ursprünglich waren sie auf der Suche nach Lässern über das Meer gekommen, da es im Alten Land kaum noch welche gab und es langweilig geworden war, Menschen zu terrorisieren. Leider waren sie auch hier auf dezimierte Bestände getroffen. Doch sie hatten ein neues Ziel gefunden. Xor gierte nach der Königskrone. Und um diese zu gewinnen, hatte er sich mit Aristokraten der Glymera verbunden, die dem Rat mehr Macht verschaffen wollten. Ihr Coup war fehlgeschlagen. Sie hatten auf den König geschossen und ihn am Hals getroffen. Doch Raph hatte den Anschlag überlebt und war in der Folge zu noch größerer Macht aufgestiegen. Ein entscheidender Nachteil für die Bande. Doch schließlich hatte sich alles grundlegend verändert. Zumindest für Xor. Seit die auserwählte Leila in das Leben des Anführers getreten war, schien ihm alles andere unwichtig zu sein, was seine Bande begrüßte. Xor war grausam gewesen und hatte Angst und Schrecken verbreitet. Durch die Auserwählte hatte er ein Härte verloren und war umgänglicher geworden. Ein Pluspunkt. Denn dadurch konnte die Bande produktiver arbeiten, da seine Männer nicht ständig auf seine wechselhaften Launen achten mussten. Doch dann war Xor verschwunden. Noch immer wussten sie nicht, ob er tot oder in Gefangenschaft geraten war. Dabei hatten sie überall nach ihm gesucht. Sie fanden weder eine Spur von ihm noch irgendwelche Überreste. Es fiel ihnen schwer, diese Suche nun zu beenden. Doch sie hatten keine Anhaltspunkte. Und die Bruderschaft stellte ihnen weiter nach. Es war besser, ins alte Land zurückzukehren. Plötzlich dachte Cypher an Thru und verzog das Gesicht. Noch ein Mann, den sie verloren hatten. Thru, die rechte Hand von Xor, hatte sich von der Bande abgekehrt, weil er noch nach dem Thron trachtete, als Xor ihn bereits abgeschrieben hatte. Die Uneinigkeit über den Kurs der Bande hatte die beiden entzweit. Und so war dieser Aristokrat, der eigentlich nie zu ihnen hätte gehören sollen, ausgeschieden und zu einer Randnotiz in ihrer Geschichte geworden. Niemand wusste, ob Thru, der gegen seinen Willen zur Bande gekommen und anfangs von ihr verhöhnt worden war, von Lässern oder von seinen Verbündeten in der Glymera getötet worden war. Aber vielleicht hatten ihn die Aristokraten auch wieder in ihrer Mitte aufgenommen. Und er plante neue Intrigen. Sein Verlust traf die Bande jedenfalls nicht so hart wie der von Xor. Cypher ließ den Blick über die Stadt gleiten. Wer hätte bei ihrer Ankunft in diesen Gestaden geahnt, dass sie eines Tages ohne ihre Anführer zurückkehren würden? Die beiden waren in allen wichtigen Belangen Partner gewesen. Doch für die Lebenden galt nun mal das Gleiche wie für die Toten. Das Schicksal folgte seinem eigenen Kurs, während das Hoffen und Streben des Einzelnen in neun von zehn Fällen ohne Konsequenzen blieb. Von nun an ist unser Ziel, er verstummte. Balthasar fluchte. Wir werden ein Neues finden, Kamerad, und wir werden es da tun, wo wir hingehören. Ja, dachte Cypher. Balthasar hatte Recht. Im alten Land besaßen sie eine Burg und eine Belegschaft aus Doggen, die das Land bestellte und die Erzeugnisse in den umliegenden Dörfern verkaufte. Die abergläubischen Menschen aus der Gegend hielten sich von ihnen fern. Es gab Frauen, darunter Vampirinnen, die ihre Dienste anboten. Vielleicht fanden sie auch ein paar Lässer. Schließlich. Beim Schleier! Was für beschissene Aussichten! Ein Rückschritt statt einem Schritt nach vorn. Doch hier konnten sie nicht bleiben. Es war die wichtigste Regel im Krieg. Leg dich nicht mit überlegenen Feinden an, wenn du überleben möchtest. Die Bruderschaft verfügte über unerschöpfliche Ressourcen. Geld und Waffen. Als noch Aussicht darauf bestanden hatte, Rath zu stürzen, hatte die Sache anders ausgesehen. Aber jetzt waren sie nur noch zu viert und hatten weder einen klaren Anführer noch einen Plan. Es hatte keinen Zweck. Es bleibt dabei, sagte Balthasar. Morgen reisen wir ab. Ei! Cyper wünschte wirklich, sie hätten Xors Leiche mitnehmen können. Wir suchen ihn ein letztes Mal, sagte er in den Wind. In dieser, unserer letzten Nacht, geben wir noch mal alles, um unseren Anführer zu finden. Sie würden einen abschließenden Versuch machen. Vermutlich würde er nichts bringen. Doch er würde ihr Gewissen beruhigen. Ihre Schuldgefühle, weil sie ihre Toten zurückließen. Also dann, auf in die Jagd, sagte Balthasar. Einer nach dem anderen dematerialisierten sie sich in die Dunkelheit. Als Wischer sich endlich verabschiedete, atmete Leila tief durch. Leider ging es ihr danach kein Stück besser. Sie blieb, wo sie war. Am Tisch in der Küche und lauschte der Stille. Danach stand sie auf und wanderte durch das Erdgeschoss, von einem Raum in den nächsten und registrierte benommen, wie gemütlich die Ranch eingerichtet war. Sie war wirklich das perfekte Zuhause für eine kleine Familie, in dem sich eine Frau auch allein sicher fühlen konnte. Aber würde man ihr erlauben, die Zwillinge hier zu haben? Die Angst schnürte ihr die Kehle zu. Sie öffnete die Schiebetür, durch die Wischers verschwunden war, und trat auf die Veranda. Ihre Pantoffeln brachen durch die vereiste Schneekruste, während sie noch mal den Trick mit dem tiefen Durchatmen versuchte. Diesmal bildete ihr Atem eine weiße Wolke, die sich über ihrem Kopf erhob. Ihre Wangen, wund vom vielen Weinen und Fortwischen der Tränen, brannten in der kalten, klaren Luft. Und sie blickte zum Himmel. Eine dicke Wolkendecke verhüllte die Sterne. Und auf dem Rasen lag frischer Schnee, der tagsüber gefallen sein musste. Sie schlang die Arme um den Körper. Und Leila erstarrte. Ihr Herz, ihre Atmung, selbst die wirren Gedanken in ihrem Kopf, alles kam zum Stillstand, als wäre eine innere Sicherung rausgeflogen. Sie war wie das Haus in ihrem Rücken. Vollkommen still und leer. Dann wandte sie sich nach Osten und sog die Luft ein, bis ihr Brustkorb spannte. Aber nicht, um etwas zu riechen. Sie brachte ihre Lunge zum Stillstand und hätte sie ihr Herz und all ihre anderen Organe anhalten können, sie hätte es getan. Der Widerhall ihres Blutes war so schwach, dass sie sich täuschen mochte. Vielleicht erlag sie einem Trugschluss. Doch sie hatte sich nicht geirrt. Sie fing tatsächlich ein fernes Echo ihres Blutes aus nördlicher Richtung ein. Aus, aus nordwestlicher, um genau zu sein. Jetzt raste ihr Herz. »Xor«, flüsterte sie. »Das Signal kam nicht aus der Richtung des Hauses der Bruderschaft. Es erreichte sie von weiter westlich. Es war...« Leila sah sich nach der Schiebetür um, durch die sie getreten war. Zögerte. Doch dann dachte sie an Vicious Worte. Ohne ein wirkliches Ziel zu haben, schloss sie die Augen und dematerialisierte sich ein kurzes Stück. Im nächsten Moment war sie auf dem Spielplatz, den sie in der letzten Nacht auf der Fahrt zur Ranch gesehen hatte. Da stand sie nun, zwischen leeren Schaukeln und Klettergerüsten und witterte erneut. »Ja.« »Da!« Hinter ihr quietschte es metallisch und sie drehte sich um. Doch es war nur die Kette der Schaukel, die vom Wind angestoßen wurde. Leila schloss erneut die Augen und konzentrierte sich auf ihr Ziel und versuchte, sich nicht zu viel zu versprechen. Als sie als lose Wolke aus Molekülen Richtung Norden strebte, hörte sie wieder Vicious Stimme im Kopf. »Wir können uns nicht aussuchen, in wen wir uns verlieben. Es war nicht falsch von dir, ihn zu lieben. Das kann dir niemand zur Last legen. Außerdem hast du genug gelitten. Er hat dir nie wehgetan. Er muss also doch einen Funken Ehre besitzen.« Als sie das nächste Mal Gestalt annahm, war das Signal noch stärker und sie konnte genau bestimmen, aus welcher Richtung es kam. Also dematerialisierte sie sich eine halbe Meile weiter. Dann eine noch größere Distanz bis zu den letzten Ausläufern der Stadt, hinter denen es ländlich wurde. Danach ging es weiter in die Wälder, die den Beginn des Adirondack-Parks markierten. Ihr letzter Sprung war ein Hopser von 300 Metern. Und als sie Gestalt annahm, hatte sie einen Zweig mitten im Gesicht. Sie schob ihn beiseite und sah sich um. Der Schnee lag hier tiefer, der Wind wehte schwächer und das Gelände war felsig. Überall waren Schatten. Aber vielleicht kam es ihr nur, so vor, weil sie nervös war. Das Signal war nah. Ganz nah. Aber wo? Leila drehte sich langsam im Kreis. Es war niemand zu sehen, auch kein Waldtier. Es schien unwahrscheinlich, dass Xor einen ganzen Tag hier draußen verbracht und überlebt haben sollte. Wobei, es hatte geschneit, es hatte geschneit und das große Unwetter zog ran. Vielleicht reichte eine dicke Wolkendecke als Schutz? Es war ein Risiko, dass kein Vampir freiwillig eingehen würde. Doch wenn er sich nicht bewegen konnte? Wäre Wäre Xor tot, hätte sie schließlich kein Signal von ihm aufgefangen. Leilas Blick blieb an einer Unebenheit auf dem Waldboden hängen. Da war etwas. Ein Stück weiter. Links neben einer Eiche, die ihrer Größe nach zu urteilen mindestens 100 Jahre alt war. Ja, es war eine Erhebung, die nicht in die Landschaft passte. Sie raffte ihren Morgenmantel und machte einen Schritt. Dann einen zweiten. Auf dieses Gebilde zu. Auf dieses Gebilde zu.